Ja, guten Morgen und ganz besonders guten Morgen für diejenigen, die gestern beim Krelinger Männertag waren. Denn die Predigt, die ich jetzt halte, mag für euch wie ein Déjà-vu erscheinen. Es ist die gleiche wie gestern, weil sie einfach gut ist. Also nicht die Predigt, aber das Thema. Auch für uns alle, die wir hier sitzen, das Thema lautet in jeder Lage zuversichtlich. Wer also nicht gerne zuversichtlich ist, der kann jetzt gerne weghören. Aber in jeder Lage zuversichtlich, wie kommen wir dahin, mit den Herausforderungen unseres Lebens umzugehen. Und es ist ja so, dass im Grunde zwar Unterschiede zwischen Menschen sind, die einen haben vielleicht ein schwereres Schicksal, wie man sagt, haben schwerere Lebenserfahrungen, andere leichtere. Aber so im Großen und Ganzen haben wir eigentlich mehr oder weniger die gleichen Herausforderungen in unserem Leben. Nur wir reagieren sehr verschieden darauf. Es macht etwas sehr Verschiedenes mit uns. Und wie können wir in den Herausforderungen unseres Lebens, ob sie nun schwer sind oder nicht, oder ob sie vielleicht angsterwartet sind oder auch nicht, wie können wir mit diesen Dingen zuversichtlich umgehen. In jeder Lage zuversichtlich. Darüber möchte ich heute sprechen und ich lese jetzt erst einmal einige Bibelpassagen dazu vor. Die erste steht in Matthäus 8, Vers 24 bis 26. Da heißt es, plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Das ist die erste Bibelpassage. Die zweite steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 30, Vers 6. Die Vorgeschichte ist, dass David auf der Flucht vor Saul ein Heer um sich hatte von Leuten, die waren teilweise auch geflüchtet, teilweise waren es sogar Steuerflüchtlinge, die David da um sich hatte. Das ist nochmal ein Thema für sich. David selbst nannte sie seine Helden. Und die haben dann auch immer so gewisse Kampf- und Raubzüge gemacht im Lande der Philister. Und das haben sie dann auch gemacht. Und während das geschah, wurde ihr eigenes Lager ausgeraubt und die Frauen und Kinder alle mitgenommen. Und dann kam die Truppe von David, kam dann also zurück und plötzlich war alles leer. Und das war jetzt die Situation. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, sein Gott. Also wie reagierte David auf diese Situation? Er fand neues Vertrauen im Herrn, sein Gott. Und die dritte Bibelpassage, die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 26 bis 28. Das ist so eine Endzeitrede Jesu. Und da heißt es, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Dann überschlage ich ein Vers und Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, also diese ganzen schrecklichen Geschehnisse, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also das sind alles Verse, wo in einer ganz kritischen Situation Menschen im Gottvertrauen mit Zuversicht reagiert haben. Egal jetzt, woraus diese kritischen Situationen entstanden sind, die Menschen, die Gott vertrauten, David und auch die Jünger, sagen wir mal etwas unzuversichtlicher erstmal, die haben also auf diese kritischen Situationen reagiert. Die Frage ist ja, wir wissen alle, wenn wir der Bibel glauben und vielleicht schon mit biblischen Botschaften auch gewachsen sind, dass Gott für uns sorgt und dass wir auch keine Angst haben sollen, sondern es heißt, er fürchtet euch nicht und dass wir auch zuversichtlich sein können, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist ja so unser Glaubensfundament. Die Schwierigkeit ist nur, wir werden diese Wahrheiten, dass eben Gott für uns sorgt und dass wir uns keine Sorgen machen müssen und dass wir zuversichtlich sein können, wie werden diese Wahrheiten eigentlich ein Bestandteil unseres Lebens? Oder persönlich, wie werden diese Wahrheiten ein Bestandteil meines Lebens? Ich meine, man kann ja alles Mögliche sagen. Ich kann ja auch anderen Leuten sagen, sorgt euch nicht, also sorgt euch nicht. Das bedeutet ja nicht gleich, dass ihr sagt, ach, entschuldige, das habe ich gar nicht gewusst. Natürlich, schaltet den großen Schalter um und plötzlich sind Sorgen nicht mehr vorhanden. Sondern das eine ist das, was man so sagt, sorgt euch nicht, habt keine Angst, seid zuversichtlich. Das andere ist, was so tief in uns sitzt. Und wie kommen jetzt diese Wahrheiten in unser Leben hinein? Wie werden sie ein Bestandteil unseres Lebens? Schauen wir mal die erste Situation an. Jesus im Boot mit den Jüngern. Und dann kommt dieser Sturm und dann reagieren die Jünger. Das war eine im gewissen Sinne panische Situation. Die Jünger reagierten panisch, aber nicht irrational panisch. Also das gibt es ja auch, dass jemand in Panik gerät und dann quasi nur noch schreit. Und dann geht gar nichts mehr. Das ist so irrational oder irgendwie wegrennt oder irgendwo hinrennt oder irgendwas Verrücktes macht, was der Mensch selber gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Also in so einer Art von Panik waren die Jünger nicht. Sondern die sahen den Sturm und versuchten irgendwie das Boot zu retten. Also die waren schon noch voll da, nicht irrational, aber sie bemerkten, dass sie das nicht hinkriegen. Und dann wuchs natürlich diese Angst. Und dann taten sie eigentlich, eigentlich taten sie ja das einzig Richtige. Sie weckten Jesus. In unserer Situation wäre es dann, dass wir zu ihm beten. Also sie weckten Jesus. Und er machte dann ja auch alles in Ordnung. Aber irgendwie ließ er es nicht darauf beruhen. Und sagte nicht, schön, dass ihr mich geweckt habt. Alles klar, ich bringe eure Sache in Ordnung. Ich sorge ja für euch. Sondern er kritisierte ja ihren Kleinglauben. Nun habe ich mich gefragt, was hätten die Jünger denn glauben sollen? Also was wäre denn jetzt richtig gewesen? Hätten sie aufstehen sollen und Jesus schlafen lassen und selber sagen, Sturm, Wind sei still, Wellen, hört auf Wellen zu sein. Hätten sie das sagen sollen? Also quasi so Vollmacht ergreifen? War das das, was Jesus meinte? Oder hätten sie vielleicht glauben sollen, dass ihnen nichts passieren kann? Weil Jesus ja im Boot war. Und solange sein Auftrag noch nicht erfüllt war, dann wird das Schiff auch nicht untergehen. Ich meine, so etwas gibt es auch. Ich erinnere mich früher noch, als ich noch in Hamburg in der Arche arbeitete und wir so auf verschiedenen Evangelisations- und Missionstouren waren, da mussten wir öfters auch fliegen und ich hatte richtig Flugangst. Und wenn dann der Pastor Wolfgang Wegert mit im Flugzeug war und wir, was weiß ich, nach Afrika oder wohin wir alle geflogen sind, wenn er da mit drin war, dann habe ich mir selber gesagt, also das ist ja hier der Mann Gottes, der Evangelist, da wird das Flugzeug jetzt nicht abstürzen, weil er da im Flugzeug sitzt. Das hat mich so etwas beruhigt. Ich meine, das ist vielleicht nur so eine innere Beruhigung. Vielleicht hätten die Jünger ja auch so glauben sollen, weil Jesus da mit im Boot sitzt, können wir nicht untergehen. Später saß ich dann allein im Flugzeug und musste realisieren, vielleicht lässt Gott das Flugzeug ja auch nicht abstürzen, weil ich drin bin. Vielleicht ja auch, weil noch andere drin sind. Also die Liebe, Güte, also was man so alles denkt, wenn man Angst hat. Aber ich glaube, ihr kennt das auch. Also hätten sie eher das glauben sollen, ich denke das Letztere. Ich denke nicht, dass Jesus von ihnen jetzt verlangte, dass sie selber aufstehen sollten und das mehr beruhigen sollten, sondern dass sie einfach davon ausgehen, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass wirklich keiner von uns eine Sekunde früher stirbt, als Gott es bestimmt hat. Das ist auch ein ganz tiefes Vertrauen, was uns dann auch mutig macht, Gottes Wege zu gehen. Und das sind sie ja, als sie Jesus nachgefolgt sind. Auf jeden Fall hat Jesus mit diesem, dass er sagt, mit eurem Kleinglauben, hat er etwas angestoßen. Und zwar sollten die Jünger ihre Situation überdenken. Und das meine ich, wenn man jetzt nicht in einer irrationalen Panik ist, wo man sich selber gar nicht im Griff mehr hat, sondern wo man schon noch nachdenken kann, aber die Angst so allmählich in einem hochsteigt. Das ist immer noch eine Situation, die man überdenken kann. Also wie reagiere ich jetzt darauf? Und an dieser Stelle, da ist es eben wichtig, dass wir lernen, mit Gott vertrauen und mit dem, wie Gott uns da leiten will, zu reagieren und teilweise auch Dinge, die in uns so aufkommen wollen, so Gedanken, die uns, was weiß ich, in irgendeine Richtung treiben wollen, dass wir uns ein Stück dazu zwingen, diesen Gedanken nicht nachzugehen. Zum Beispiel, heute habe ich nicht mehr so Angst vor Hunden. Früher hatte ich also richtig schon ein Stück Angst oder Panik vor Hunden. Und ich weiß noch, wie ich als junger Mensch in einem Einkaufszentrum war und plötzlich kam so ein Hund auf mich zu, ohne Besitzer. Der kam einfach so. Vielleicht war der auch streunend. Und ich stand da mit meiner Angst und dann habe ich mir selber gesagt, bei einem Hund darfst du nicht weglaufen. Es heißt dann zwar immer, er will nur spielen, aber das weiß man dann ja nicht, was für eine Art Spiel der spielen will. Also du darfst nicht weglaufen, sondern musst ruhig bleiben und darfst keine Angst haben. Also das war schon ein innerer Kampf. Aber zumindest hat es geholfen. Er stand dann da und blieb dann auch stehen. Aber Jesus hält uns schon an, dass wir, wenn so die Angst in uns hochsteigt oder wir in einer Art, ich sage mal, kontrollierte Panik geraten, dass wir unsere Situation nochmal überdenken und dass wir versuchen, dann richtig vor Gott zu reagieren und uns ein Stück auch dazu zwingen. Ich lese euch mal eine Bibelpassage vor, die das beschreibt. Psalm 43, Vers 5. Da heißt es, Was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Also genau, die Panik steigt auf. Was bist du so gebeugt, meine Seele, und unruhig in mir? Und jetzt kommt die Reflexion. Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen. Ihn, meine Hilfe und meinen Gott. Also, dass wir uns tatsächlich ein Stück zwingen und sagen, ich werde diese Gedanken, wir gehen unter, wir gehen unter, es hilft nichts mehr alles und so weiter, dass wir diese Gedanken irgendwo aus Verbannen oder Kleinhalten oder ihnen nicht folgen und sagen, nein, Gott hat mein Leben im Griff und es wird nicht eine Sekunde früher beendet und ich werde nicht untergehen, wenn er will, dass ich lebe. Ich werde nicht sterben, sondern leben, so heißt es in einer anderen Zahl. Dass wir also uns ein Stück dazu anhalten, da ist auch eine gewisse Disziplin mit verbunden, aber es ist tatsächlich so, in vielen Situationen, dass wir uns zu einem gewissen Gottvertrauen auch immer wieder durchringen müssen und nicht unseren menschlichen Emotionen einfach nur folgen. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Konflikt mit einer Person und dieser Konflikt, der kam immer wieder und immer wieder und dann kommt, kennt ihr das, dann kommt dieses sogenannte Ewigkeitssyndrom, also immer dasselbe und immer verhält sich der oder die so und so und dann kommt so eine Art Interpolation nach vorne. Wenn das immer so weiter geht, das halte ich gar nicht mehr aus und dann stellen wir uns unter einen Druck, der im Moment noch gar nicht so stark ist, aber wenn wir dann nach vorne denken und sagen, das geht jetzt immer so weiter und immer so weiter und dann denken wir so, was weiß ich, drei Jahre weiter und dann denken wir, also in drei Jahren, da bin ich fix und fertig, da halte ich das nicht mehr aus und dann holen wir uns diesen Gedanken, der eigentlich ja nur fiktiv ist, drei Jahre vor uns liegt, den holen wir uns jetzt wieder zurück und sagen, ich halte das jetzt schon alles nicht mehr aus. Im Grunde genommen hält man es jetzt aus, aber weil man das so nach vorne sieht und denkt, da ändert sich nie was, das wird immer so weitergehen, fürchte nicht, das und so weiter. Und so entsteht ein Verhalten, dass man dann quasi jetzt schon kapituliert, jetzt schon aufgibt, jetzt schon wegrennt, jetzt schon sagt, du bleib mir fern, ich halte es nicht mit dir aus und so weiter und so fort. Und in so einer Situation hat Gott mal richtig zu mir geredet. Als ich auch so sagte, das geht immer so weiter, immer so weiter und dann sagt Gott, nein, es ist nur heute so. Was morgen ist, weißt du gar nicht. Morgen kann Gott alles geändert haben. Und wenn es morgen noch genauso ist, dann gibt dir Gott für morgen die Kraft. Aber die hast du heute noch nicht. Und wenn du an morgen schon denkst und versuchst jetzt mit der Kraft von heute das Morgen zu erledigen, das klappt nicht. Ich meine, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht um das Morgen kümmern sollen, aber da wurde mir dieser Satz so deutlich, denn Jesus sagte, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Er meint nicht, dass wir nicht planen sollen, so natürlich planen wir, sondern er meint, versuch nicht die Kraft heute schon zu haben, die du morgen brauchst. Gott gibt sie dir morgen. Genau wie dein Frühstück. Du isst doch auch nicht heute schon das Frühstück für die ganze Woche. Also dann kannst du dich nicht mehr regen. Sondern du isst dein Frühstück heute für heute und morgen für morgen. Und genau so ist es. Sorg dich nicht um den Morgen. Das heißt, guck nur auf das Heute. Hältst du es jetzt aus? Ja, jetzt halte ich es eigentlich noch aus. Dann hör auf, weiterzudenken. Das ist eine gewisse Disziplin. Denk nicht so nach vorne. Und ich erlebe viele, immer wieder, und bei mir selbst, ich kenne das ja auch von mir selbst, dass man anfängt und sagt, oh, 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 und dann denkst du immer weiter nach vorn. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und dann ist alles nur noch schrecklich. Und heute gibst du auf, obwohl morgen gar nicht so sein muss, wie du denkst. Also, wir brauchen eine gewisse Disziplin und müssen uns sagen, es gilt nur für heute. Habe ich für heute die Kraft? Danke, Herr, du gibst mir die Kraft. Und heute gehe ich durch. So habe ich übrigens damals mit dem Rauchen aufgehört. Eine Nebensache eigentlich. Dass ich sagte, einige denken ja nicht mehr rauchen und dann denken sie sofort raus und gerade so nach dem Mittagessen oder nach dem Frühstück oder so, das ist dann immer die beliebteste Zigarette und halte ich das aus? Nee, halte ich nicht aus. Und dann hören sie gleich auf, aufzuhören, also rauchen weiter. Aber ich habe mir gesagt, ich höre nur mal heute auf. Und dann habe ich heute aufgehört. Und dann kam der nächste Tag. Und dann habe ich gesagt, ich höre nur mal heute auf. Und dann habe ich heute aufgehört. Und dann dachte ich, oh, es sind schon zwei Tage. Und dann kam der nächste Tag und dann sage ich, ich höre nur mal heute auf. Und dann waren das schon drei Tage. Und so ging das dann in die Zeit. Und wenn mir jemand eine Zigarette angeboten hatte damals, da habe ich gesagt, nee, im Moment gerade nicht. Ich habe das nicht verraten. Bis unsere Schwester Katrin Löscher-Samel dann rausgekriegt hat, dass ich nicht mehr rauchte. Ich weiß noch, da waren wir noch relativ jung. Und mich dann fragte und dann gab ich dann zu, ja, ich habe es jetzt 14 Tage. Und dann habe ich auch nie wieder eine Zigarette angerührt. Aber nicht, weil ich ein Generalgedanken hatte, ich rauche jetzt nie wieder, sondern weil ich für heute aufgehört habe. Und so ist das auch mit den Sorgen und den Ängsten. Für heute, nur für heute, gibt Gott die Kraft. Das finde ich ganz stark. Also dieses Ewigkeitssyndrom, dass wir dem nicht nachjagen. Bei anderen ist es oft so, dass sie in einen Wettstreit zwischen Vertrauen und Erfolg geraten. Da will man ja Gott vertrauen und dann heißt es, ich bete doch, warum passiert nichts? Also man betet für etwas und dann möchte man auch den Erfolg sehen. Herr, hilf mir, mach meine Schmerzen weg. Sind Sie noch da? Sie sind noch da. Und dann kommt dieser Kampf zwischen Vertrauen und Erfolg, dass ich irgendwie sage, wenn der Erfolg ausbleibt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und jetzt kommen 70.000 Theorien, warum es nicht stimmt, ob Gott unwohlmöglich nicht erhört, ob ich irgendwo Sünde getan habe, ob ich vielleicht nicht richtig glaube oder so. Also da sind die Menschen und auch die Christen ja sehr erfinderisch, was da alles Gründe sein könnten. Aber im Grunde genommen ist es nur, dass wir immer gleich auf Vertrauen Erfolg haben wollen und quasi ein Beweis des Vertrauens oder des richtigen Glaubens oder des richtigen Lebens Erfolg ist. Aber Vertrauen ist nun mal Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, ich vertraue auch, wenn der Erfolg noch nicht sichtbar ist und ich halte es durch. dieser Wettstreit zwischen Vertrauen und Erfolg, der führt dann auch dazu, dass dann Leute sagen, ich bekenne, ich glaube, ich denke nur positiv, doch nichts geschieht. Ich habe mal erlebt, wie in einer Gemeinde quasi innerhalb von 30 Sekunden eine halbstündige Predigt komplett in sich zusammenfiel, und zwar meine Predigt, komplett in sich zusammenfiel. Ich habe nämlich darüber gepredigt, dass Gott heilt. Und das glaube ich auch, Gott heilt. Und in Jesu Wunden ist wirklich unsere Heilung, auch wenn es nicht immer sofort geschieht und so weiter, aber in Jesu Wunden ist unsere Heilung, er ist unser Arzt und so. Das war so mein Predigt-Thema. Und am Ende der Predigt, es war in einer kleinen Gemeinde, da stand dann ein Bruder auf und sagt, ja, Bruder Mumsen, schön, was du gepredigt hast. Sieh mal, hier sitzt unsere Schwester im Rollstuhl, wir haben gebetet und geglaubt und es ist nichts passiert. Und innerhalb von 30 Sekunden war die Gemeinde wieder auf dem Boden der Depression, sag ich mal, war alles wieder normal, nützt ja doch nichts und so weiter und so fort. Und das geschieht, wenn wir Vertrauen und Erfolg immer zusammen sehen wollen. Nein, ihr Lieben, manchmal müssen wir warten. Und das ist schwer auszuhalten, aber manchmal müssen wir uns auch selber zwingen und sagen, mein Vater verlässt mich nicht. Manchmal ist das wirklich nur ein ganz tiefes, kindliches Vertrauen. Mein Vater, mein Herr, mein Heiland, mein Erlöser verlässt mich nicht. Und ich weiß nicht, warum sich nichts ändert, ich weiß nicht, warum es mir so schlecht geht oder einem Menschen, den ich liebe, so schlecht geht, aber mein Erlöser verlässt mich nicht. Ich halte einfach fest. Und das ist aber das, was uns rausholt und letztendlich auch unsere Zuversicht erhält. Denn wir geben dann schnell durch Misserfolg auch unsere Zuversicht auf und dann kommen wir halt in diese Schwierigkeit. Dann heißt es ja auch so, dass Jesus, das hatte ich ja schon vorgelesen, und die Menschen werden vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Und wenn dies anfängt, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das ist wiederum ein ganz wichtiger Punkt, damit wir zuversichtlich bleiben. Seht mal, um uns herum passieren ganz viele Dinge. und ich erlebe auch ja nicht nur in der Welt, wie man so sagt, also bei Menschen, die jetzt Gott nicht kennen, sondern ich erlebe unter vielen Christen auch, dass sie mit den Dingen, die um uns herum passieren, nicht richtig klarkommen. Ob es jetzt Corona ist oder ob es der Krieg ist oder was es noch immer ist, dass sie damit nicht richtig klarkommen und dass sie nicht ihre Häupte erheben. und nicht in dieser Zuversicht leben, unsere Erlösung naht, sondern dass sie sich beugen und auf das schauen und denken, da muss man jetzt irgendwie irgendwo irgendwas machen und dann kommt etwas zustande, das ist, das nenne ich, ich habe dafür keinen anderen Namen gefunden, das nenne ich eine versteckte Panik. Eine versteckte Panik ist etwas, ist eine tiefe Angst, und auch eine tiefe Skepsis, die in uns steckt und die, wenn man es mal genau nimmt, kein Gottvertrauen erzeugt, sondern eher den Wunsch, irgendetwas zu tun, entweder sich zu verkriechen oder irgendetwas zu tun, so eine Art Befreiungsaktion. Da muss man doch was tun, da muss man doch was machen, da muss jetzt irgendwas geschehen, ich halte das jetzt nicht mehr aus oder das kann ja nicht so weitergehen, da muss jetzt mal was passieren. In so einen Aktionstrang, also rein. Das ist eine versteckte Panik und die halte ich für mit, sagen wir mal, die schwierigste Sache, weil man sie nicht sofort erkennt, aber sie raubt den Menschen und den Kindern Gottes ihre Zuversicht. und ich möchte das mal beschreiben, auch in unserer jüngsten Vergangenheit. Ihr erinnert euch an die Flüchtlingskrise und dann kam plötzlich so eine Bewegung wie Pegida und Co. kam auf, viele, auch Glaubensgeschwister dabei und die sagten Ausländer raus oder sprachen von einer islamischen Unterwanderung oder von Merkels Gästen, die sie hier ja eingeladen hat. Also richtig gehässig, teilweise sogar brutal, dass die Leute mit einem Galgen da durch die Gegend marschiert sind, müssen nicht unbedingt Christen gewesen sein, aber ich habe auch unter Glaubensgeschwistern viele gefunden, die in diesen Tonfall mit reingingen. Und zwar dieser Tonfall entsteht dadurch, ihr Lieben, das ist eigentlich eine versteckte Panik. Dieser Tonfall entsteht dadurch, dass man eine Sache sieht, die eventuell auch so sein kann, meinetwegen islamische Unterwanderung, die Flüchtlinge sind gar keine echten Flüchtlinge, sondern die fundamentalistischen islamischen Terroristen werden hier quasi eingeschleust und geben sich als Flüchtlinge aus und am Ende sind wir ja alle platt. Also da sieht man so eine Sache vor Augen, weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man sieht sie oder denkt sie zu sehen, dann interpoliert man nach vorne und dann sieht man Deutschland schon als neues Iran oder wie wir das auch immer sehen, für den wir übrigens nebenbei auch beten wollen. Da ist ja im Moment ganz, ganz viel Unruhe auch und auch unsere Geschwister hier, die hier aus dem Iran sind, beten für ihre Familien da. Das ist nur mal so jetzt am Rande dieser Predigt. Aber man befürchtet dann diese Unterwanderung und dann kommt natürlich, da muss was passieren, hier darf keine Moschee gebaut werden, die müssen alle raus und dann kommt es dazu, dass jeder Mensch, der also auch nur orientalisch oder arabisch aussieht, das ist schon ein potenzieller Terrorist und dann kommen diese Ängste hoch und das ist alles ein Zeichen von Panik. Und wisst ihr, wie die Antwort des Glaubens darauf ist? Die lautet, selbst wenn alles wahr ist, hat Gott immer noch alles in der Hand. Glaubt ihr das? Selbst wenn alles wahr ist, müssen wir nicht in einen Aktionismus verfallen, sondern halten uns fest, dass Gott alles in der Hand hat und wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen, weil unser Erlöser lebt. Unser Erlöser lebt. Und diese versteckte Panik, die bringt auch Christen, treibt sie in eine falsche Richtung und nimmt ihnen vor allen Dingen die Zuversicht. Dann kam Corona und auch hier eine Welle des Misstrauens. Corona gibt es nicht, impfen mit Nebenwirkungen. Haben mir dann auch Christen geschrieben, Herr Mumsen, lassen Sie sich bitte nicht impfen. Andere sagen dann, als wir das erlaubt haben, dass hier ein Impfteam in unsere Gemeinde kam, um Leute zu impfen, hat man mich schon als Mörder quasi beschimpft. Und ich verhelfe dazu, dass Kinder ermordet werden durch die Impferei und so weiter. Und das kommt in den Leuten hoch, auch in den Christen. Das ist ohne Ausnahme. Und ich nenne das immer eine versteckte Panik. Dann ist von Weltverschwörung die Rede und Bill Gates, der will, dass alle geimpft werden, damit irgendein Stoff da auch noch in sie reingeimpft wird. Und ihr Lieben, das sind nicht nur die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern das sind Menschen, die schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und trotzdem in dieser versteckten Panik irgendwo hängen bleiben. Aber ihr Lieben, das ist wirklich der Weg raus, dass wir nicht uns in unseren Angstgedanken festhalten, sondern dass wir sagen, he's got the whole world over. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch mein Leben in seiner Hand. Ich brauche keine Angst zu haben. Dann erleben wir den Krieg und eine ratlose Politik und so weiter. Immer wieder diese Situation. Aber am Ende hat Jesus nicht gesagt, erhebt eure Häupter. Hat Jesus das nicht gesagt? Und das ist das, was plötzlich verloren geht. Da erheben Christen plötzlich ihre Häupter nicht mehr, sondern sie kommen in einen Angstaktionszwang hinein. und ich möchte uns wirklich sagen, wenn wir zuversichtlich bleiben wollen, dann erheben wir unsere Häupter und dann sagen wir, Herr, auch wenn die ganze Welt neben uns sich erschüttert, und da sagt Jesus ja, die Dinge geraten komplett aus den Fugen. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht, aber Gott weiß, wie es weitergeht. Und das ist im Grunde genommen dieser springende Punkt. All diese Reaktionen, wenn wir so reagieren, wie ich eben beschrieben habe, dann machen wir uns im gewissen Sinne unsere Zuversicht kaputt. Das geschieht mit den Menschen um uns herum teilweise und übrigens nebenbei gesagt, es gibt ja auch so eine Art, dass Leute etwas schönreden, dass sie denken, mit Positive Thinking verändern sie die Welt. Also mit Schönreden verändern wir auch nichts. Wer etwas verändert, ist Gott. Und das Erste, was er verändert, ist etwas in uns. Nicht um uns herum, sondern etwas in uns, dass wir anders darauf reagieren können, auf das, was passiert. Aber was hilft in solchen Situationen? Natürlich Gottvertrauen, darüber haben wir schon geredet, aber ich möchte noch eine Sache sagen, die sehr wichtig ist. Und zwar, dass wir Grenzen nicht überschreiten. Also in einer Situation, in der wir Angst bekommen, wo wir eben nicht in jeder Lage zuversichtlich sind, sondern etwas in uns aufsteigt, wo uns die Zuversicht genommen wird. In so einer Situation ist es wichtig, dass wir bestimmte geistlich und praktische Grundregeln und praktische Grundregeln in unserem Leben haben, an die wir uns dann halten. Ich erzähle euch mal ein Beispiel aus der Bibel. Da war der König Saul. Und Saul war ja, als er König wurde, war er total fasziniert. Er kam aus einem kleinen Stamm und wurde plötzlich zum König gesalbt, dass ihm das geschah und er fühlte sich von Gott absolut geehrt und wurde dann auch erfüllt mit Gottes Geist, fing an zu prophezeien und so weiter. Aber dann kam Saul in eine Situation, wo er den Philistern gegenüber stand und seine Regel, die er einhalten sollte, war, er sollte auf den Propheten Samuel warten, bis dieser Gott ein Opfer bringt, bevor Saul in den Kampf zieht gegen die Philister. Das Problem war, Samuel kam nicht. Er kam einfach nicht. Und dann fingen an, die Leute schon wegzulaufen aus seinem eigenen Heer und die Soldaten und so weiter gingen weg und Saul geriet in so eine Panik. Die laufen ihm alle weg. Die Philister, das Heer war sowieso viel größer als sie selbst. Davor hatten sie auch schon große Angst. Samuel, der Prophet, kam nicht. Und dann griff Saul zur Selbsthilfe und hat quasi selber geopfert. Und gerade als er zu Ende war, da kam dann Samuel und der reagierte jetzt auf das, was Saul da getan hat und sagte, wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein. Und was dann geschah, war folgendes. Saul hatte in dieser Angstsituation eine Grenze überschritten. und ihm wurde nicht nur das Königtum genommen, sondern seine Zuversicht ging ihm weg. Was dann folgte ist, dass Saul plötzlich dazu neigte, völlig unsinnige Entscheidungen zu machen. Dann kam David, dann fürchtete er sich selbst ja auch vor Goliath, also er machte ja gar nichts. Dann kam David, der siegte dann gegen Goliath, dann wurde er eifersüchtig auf David, dann hat er David verfolgt. Also Saul ist in ein Leben voller Nicht-Zuversicht geraten. Wo er versucht hat, irgendwie so die letzten Fälle noch zu retten, war voller Eifersucht und voller irrationalen Beschlüsse und so weiter und so fort. Und genau das ist ihm passiert, weil er eine Grenze überschritten hat. Und ihr Lieben, wenn wir unsere Zuversicht behalten wollen, in jeder Lebenslage, ob im Privaten, ob in verschiedenen Lebenssituationen, in denen wir stehen, dann ist es wichtig, dass wir bestimmte Grundsätze an bestimmten geistlichen und praktischen Grundsätzen festhalten. Ich nenne euch mal was ganz Praktisches. Kennt ihr diese Regel? Ein Kapitän verlässt als Letzter das sinkende Schiff. Das ist so eine Grundregel. Wir haben da vor einigen Jahren, war ein Schiff vor Italien da irgendwie gekentert und da hat der Kapitän sich gleich mit als Erster davon gemacht. Das ist ihm sehr schlecht angerechnet worden. Ein Kapitän verlässt als Letzter das Schiff. Stell dir vor, du bist Kapitän. Da muss man sich jetzt wirklich sagen, ich bleibe hier, ich bleibe hier und helfe den Leuten in die Rettungsboote und sehe zu, dass alle raus sind, auch wenn ich dadurch selber zu Tode komme. Also man muss richtig festhalten an so einer geistlichen oder praktischen Grundregel. Das habe ich übrigens auch mal einigen lieben Pastorenkollegen gesagt, die Schwierigkeiten in ihren Gemeinden hatten. Da habe ich gesagt, das fanden die nicht so schön. Ein Hirte verlässt seine Schafe nicht. Das ist eine Grundregel. Das ist eine Grundregel für mich. Ein Hirte verlässt seine Schafe nicht. Und dann sagten einige zu mir, ja, aber wenn die jetzt so immer mit mir so schlecht umgehen. Ich sage, spielt keine Rolle. Ein Hirte verlässt seine Schafe nicht. Also ein Hirte verlässt doch nicht die Schafe, weil da irgendein Schäflein oder ein Schafsbock da auf ihn losrast und sagt, also das mache ich jetzt gar nicht mehr, da gehe ich jetzt weg. Das machen nur Mietlinge. Ein Hirte verlässt seine Schafe nicht. Das ist eine Grundregel. Oder eine andere Grundregel, ich nenne mal so ein paar. Ein Menschen in Not wird geholfen. Also ob es jetzt ein Feind ist oder ein Freund ist, ob er mich belügt oder ob er die Wahrheit sagt, ob er Hintergedanken hat oder nicht Hintergedanken, spielt überhaupt keine Rolle. Eine Grundregel ist, ein Menschen, der in Not ist, wird geholfen, egal was damit ist. Wenn wir diese Grundregel verlassen, ihr Lieben, dann wird unser Leben voller Argwohn sein, aber nicht mit Zuversicht erfüllt und auch nicht mit Gottvertrauen. Ein Mensch, der in Not ist, dem wird geholfen. Oder eine andere Grundregel, ich schenke meinen Zukunftsängsten keinen Glauben. Das ist ja schon, was ich erzählte. Wir interpolieren nach vorne, also wir sehen eine Zukunft, die noch gar nicht ist und von der auch gar nicht gesagt ist, dass die kommt. Wir machen die Rechnung ja immer ohne Gott. Sondern ich gebe meinen Zukunftsängsten keinen Glauben. Dass sie da sind, das erlebt jeder. Aber ich gebe ihnen keinen Glauben. Meine Zukunft liegt in Gottes Hand. Das ist eine Grundregel. Und wenn wir die halten und wenn wir diese Grenze nicht überschreiten, dann bleiben wir auch in schweren Situationen zuversichtlich. Oder eine andere Grundregel, ich verurteile Menschen nicht pauschal. Also egal, ob Politiker, und ich meine, ich rede ja nicht nur, also ich rede wirklich auch von Christen. Also ihr Lieben, was ich höre von Christen teilweise, wie die über Politiker reden, da wird es mir gruselig. Ich urteile nicht über Menschen pauschal. Egal, ob Politiker, Menschen anderen Glaubens oder Menschen mit anderen sexuellen Ausrichtungen, Personen, die abtreiben oder Abtreibungen ausführen. Was ich nicht richtig finde, muss ich ja auch nicht tun. Aber ich urteile nicht gleich über andere. Denn ich bin nicht dazu gesetzt, über sie zu urteilen. Gott wird urteilen. Es heißt doch, Gott ist Richter. Ist es so? Gott ist Richter. Gebt dem Zorn Gottes Raum. Oder die Rache ist meint, spricht der Herr. Gott ist Richter. Und ich meine, was gut ist, ist, dass wir Menschen versuchen davor zu bewahren, dass sie als Sünder vor den Richter treten müssen. Das ist schon klar. Deswegen kam ja Jesus. Deswegen hat er sich ja für uns hingegeben und so weiter. Aber ich bin nicht ihr Richter. Ich urteile über andere Menschen nicht pauschal. Ich rede mit ihnen, wenn sie mit mir reden wollen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht zu einer Verurteilung hinreißen lassen. Und das geschieht so oft, dass Menschen pauschal verurteilt werden. Und das sind so Grundregeln. Eine andere Grundregel ist, wenn mich jemand um Vergebung bittet, vergebe ich auch. Und lege das nicht in so einen Kasten, den ich wieder öffne, wenn das jetzt nochmal passiert. Jesus sagt ja siebenmal siebzig. Und bei einigen ist es so, die vergeben dann, aber das bleibt dann in so einem Kasten liegen. Und dann passiert es nochmal und nochmal und vergeben sie auch immer und irgendwann öffnen sie den Kasten. Und dann kommt das alles wieder raus. Ja, damals hast du schon und so weiter und so fort. Wenn ich vergebe, vergebe ich, so wie es Gott auch macht. Ihr Lieben, das sind Grundregeln, die dazu führen, dass unsere Zuversicht nicht weggeht. Denn wenn wir diese Grundregeln nicht einhalten, dann werden wir argwöhnisch. Das ist auch eine Grundregel. Ich weigere mich, argwöhnisch zu sein. Also ich weigere mich, zuerst das Böse zu vermuten. Zuerst zu vermuten, wenn jemand zu mir sagt, irgendwas, dass ich sofort vermute, und du hast was gegen mich. Du wirst mich reinlegen, du wirst mich betrügen, du wirst mich so. Also ich weigere mich, argwöhnisch zu sein. Warum? Weil Gott mein Schutz ist. Gott ist mein Schutz. Und das ist, versteht ihr, das ist die Zuversicht. Das ist dieser Glaube. Gott ist mein Schutz. Kein Mensch kann mit den übelsten Absichten dazu kommen, den, wie soll ich sagen, Gott zu überwinden. Wenn Gott mein Schutz ist, wer sollte mich angreifen können am Ende? Wer sollte mir schaden können? Und wenn dann Leute sagen, ja, ich habe das schon ganz oft, ich habe das erlebt, dann sage ich, komm und übe oder versuche einfach mal, mir Gott zu vertrauen. Wenn wir unseren Erlebnissen vertrauen, sind wir verloren. Dann sind wir immer verloren. Wir müssen Gott vertrauen. Also ich weigere mich, argwöhnisch zu sein. Gott ist mein Schutz. Nicht mein Selbstschutz, den ich gegen andere aufbaue. Und das ist dieses Geheimnis, ist, dass wir unsere Zuversicht bewahren. Ihr Lieben, wenn wir auf falschen Kampfplätzen kämpfen, gegen Menschen, gegen irgendwelche Dinge, die wir meinen, jetzt bekämpfen zu müssen, wo Gott uns nicht hingeschickt hat, dann kämpfen wir ohne seine Kraft. Und wenn wir ohne seine Kraft kämpfen, kämpfen wir auch ohne seinen Segen. Und dann haben wir am Ende keine Zuversicht. Wir stehen auf verlorenen Posten. Wir müssen dort kämpfen, wo Gott uns hingeschickt hat, zu kämpfen. Und ein Kampf, den habe ich gerade beschrieben, ist, dass wir festhalten, zu sagen, der Herr hat mich erwählt, er hat mich gerufen, bei meinem Namen, ich gehöre ihm, er ist mein Schutz. Ich muss nicht argwöhnisch sein, ich muss Leute nicht pauschal beurteilen, ich muss das alles nicht tun, er ist mein Schutz. Und wenn wir danach handeln, und wenn Gott uns hebt, dass wir das verinnerlichen, dann geht unsere Zuversicht auch nicht verloren. Das alles hängt miteinander zusammen. Und das wünsche ich uns. Und deswegen möchte ich einfach noch mal kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns auch geistlich und praktische Anweisungen gibst. Dass wir uns unsere Zuversicht nicht rauben lassen. Und dass du uns hilfst, aus einer Panik und auch einer versteckten Panik rauszukommen. Und dass wir nicht versuchen, mit unserer Kraft Dinge zu verändern, die nur du veränderst und die du in deiner Hand hältst. Sondern ich bitte dich, dass du uns die Zuversicht wieder ganz neu schenkst. Und diese tiefe Gewissheit, dass du alles in deiner Hand hältst. Und uns dann den Mut schenkst, mutig in deinem Namen voranzugehen, aber nicht in unserem Namen. Und mutig auch in deinem Namen stehen zu bleiben, mutig in deinem Namen zu warten und mutig auch wieder aufzustehen. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir eine ganz tiefe Zuversicht finden, die uns niemand rauben kann. Gelobt sei dein Name dafür. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch. getrennt. Untertitelung des ZDF, 2020